Ich bin für ein bedingungsloses Grundeinkommen, weil jeder der Tätigkeit nachgehen sollte, die ihn erfüllt, die ihm Freude macht und die er besonders gut kann, ohne sich darüber Gedanken machen zu müssen, ob andere Leute bereit sind, ihm dafür so viel Geld zu zahlen, dass er davon seinen Lebensunterhalt bestreiten kann.